Hallo Leute, willkommen zum zweiten Mal mit einer entspannten Stimmung hier auf Obani Gemini. Ja, ich brauche noch einen Titan Bolt und einen, ja wie soll ich es nennen, einen Titan Bolt und einen Stilpunkt. Und ich weiß leider nicht mehr, wie ich das mache. Ich muss glaube ich auf irgendeinen Asteroiden drauf, aber fragt mich nicht, wie genau ich das machen soll. Ähm. Oder war es ein Asteroidengürtel? Hier, das sieht doch aus, als könnte man da drauf laufen, aber mhm. Wie soll ich denn da hochkommen? Okay. Ich habe so das Gefühl, hier werde ich verzweifeln. Mhm, hier werde ich verzweifeln. Oh je, Gemini. Aber wisst ihr was, bevor ich hier ewig Zeit verschwende, habe ich eine Idee. Ja, ich habe eine Idee. Unglaublich, Leute. Oh, das war eine schlechte Idee. Hier war ich ja auch schon, ne, genau. Meine Idee ist es nämlich. Äh, jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Sehr schlau. Wieder zurück zu meinem Schiff zu gehen, das ist meine Idee. Und Moment. Kann ich da drauf? Ne. Aha, aha. Ich bin also richtig. Okay. Alles klar. Ich bin richtig. Ich bin richtig. Definitiv. Äh. Hoch da. Oh Junge, ich bin richtig. Jetzt ist nur die Frage. Genau, ich kann da nämlich hoch. Es ist wirklich so, aber. Da, ich muss nach rechts. Okay. Na, jetzt war ich zu weit. Mist. Mist, aber ich habe es gefunden, Leute. Ich habe es gefunden. Da kann man hoch. Auf diesen Asteroidengürtel. Da kann man hoch springen. Und dann habe ich gelesen im Internet, dann kann man sich sogar aus der Map rausblitschen. Und zu den anderen Planeten hier fliegen. Oder springen, besser gesagt. Oh. Hallo. Habe ich zumindest gehört. Da. Stilpunkt. Ich habe den Stilpunkt. So, und jetzt ist nur die Frage, wo ist der andere Bolt? Und um mir diese Frage zu beantworten. Ups. Nein. Muss ich zurück zu meinem Schiff. Jetzt ist nur die Frage, wo ist das blöde Ding? Ich glaube, da geht es schneller, wenn ich andersrum laufe. Ja, schenkt sich eigentlich nichts. Da schenkt sich nicht viel. Ups. Nicht abstürzen, Ratchet. Nicht abstürzen. Da. Da muss ich wieder hoch. Genau. Und ich fliege jetzt nicht weg, sondern ich gehe jetzt auf den anderen Planeten. So. Ach, das ist ja genau dieselbe. Hm. Hm. Stimmt, ja. Ich kann hier auch nicht auf die Map gucken. Das ist natürlich doof. Jetzt wäre eine Karte echt cool, wo ich sehen könnte, wo mir noch ein Titan Bolt fehlt. Gibt es hier aber nicht. Und deshalb rushe ich hier erstmal durch. Ist ja alles kein Problem. Ich habe das alles hier schon gesehen. Genau. Crack. Ja, hier habe ich damals auch meine... Moment, wie heißt das Ding denn? Shockkanone, genau. Da habe ich hier damals meine Shockkanone aufgelevelt. Auf V5. Was ist das denn? Ach, hier geht es weiter. Stimmt. Und immer weiter hoch. Aua. So. Hier, genau. Hier. Hier konnte ich doch damals nicht weiter. Äh. Okay, alles klar. Aber... Ich muss hier doch weiter. Oder hat es unten irgendwo was? Ähm... Hm. Hm, hm. Oder war es das wirklich schon? Ich glaube, das war es schon mit dem Planeten. Jetzt ist die blöde Frage, wo ist der andere Bolt? Ist der jetzt auf dem Planeten? Ist der jetzt auf dem Planeten hier oder auf dem Kleinen? Ah, Mist. Jetzt bin ich völlig umsonst hierher. Jetzt habe ich zwar den einen Stilpunkt. Das war glaube ich auch der einzige, den ich hier machen muss. Hm. Ja, genau das habe ich auf zum Gürtel beende. Ja, jetzt muss ich schon zu Blackwater City oder nach Blackwater City. Saug sie weg, knall zurück. Ja, und das hier ist schon auf dem allerletzten Planeten. Oh je, oh je. So, gut, dann... Ich habe keine Ahnung, wie ich zu diesem Bolt kommen soll. Wo genau der ist und überhaupt, ich weiß es nicht mehr. Aber ich dachte, eigentlich hier geht es irgendwann noch weiter. Aber irgendwie wohl nicht. Also gut. Dann... Aua. Dann war es das hier. Ich habe keine Ahnung, wo der Bolt ist. Es tut mir echt leid. Ach man. Ich wollte ja alles schön chronologisch machen und jetzt weiß ich es erst nicht. Also... Ja, dann kommen zuerst die Hodo Star Studios. Okay. Und der Bolt, der ist eigentlich... Der ist echt einfach zu holen. Ich habe ihn... Ich weiß nicht, warum ich den übersehen habe. Ähm... Eigentlich ist der echt ganz einfach. Aber ihr kennt mich ja. Aber ich stelle mich immer extra schlau an. Äh... 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 So, ihr seid mir alle momentan egal. Egal. Oh no. Ja. Ja, ich bin schon fast da. Mh... 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 Ups, jetzt bin ich runter... Jetzt bin ich runtergefallen. Oh nein. So, ihr zwei geht mir gerade ordentlich auf die Nerven. Wisst ihr das? Ups, voll verfehlt. Genau, dann seht ihr das hier. Da oben. Da oben. Da geht's lang. Äh, Moment. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Sekunde. Äh, der Lämm... War das nicht hier? Also ich habe nur die Beschreibung... Von einem Zuschauer... Ne, einer Zuschauerin. Zuschauerin, ja. Einem Zuschauer. Ist trotzdem Zuschauer, aber einer Zuschauerin. Äh... Da, genau. Da muss ich hin. Jetzt ist die Frage... Ach so. Mh, Leute. Mh, ich vollidiot. Ich weiß, wie das geht. Ist doch ganz einfach. Äh. Ist doch ganz... Einfach. Ist doch ganz einfach. Ach so. Ach so. Ich glaube, ich habe das Rätselslösung jetzt gefunden. Endlich, Mann. Äh, wenn ich jetzt sterbe, dann ist Pech. Oh, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Cool. Wie auch immer ich das gemacht habe. Ich habe es geschafft. Oh, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ja, diesmal habe ich es nicht geschafft. Oh, Mann. Jetzt bin ich wieder beim Schiff, ne? Ich stelle mich doof an. Ja, wie immer. Oh, mein Gott. Aber ich habe den Weg gefunden. Auch wenn er so nicht vorgesehen ist, es funktioniert irgendwie. Und ich bin schon wieder... Mh. Leute. Es ist offiziell. Ich kann nicht spielen. Es ist unmöglich für mich, dieses Spiel zu spielen. Ich bin einfach zu dumm. So. Weg mit dir. Ich mag dich nicht. Und jetzt gucke ich einfach nach unten. Äh, das funktioniert so. Es muss. Okay. Und jetzt nicht in die falsche Richtung. Da nicht hin. Da lang. Oh, Leute. Ich habe es. Oder? Oder? Ja. Ich habe es. Ich habe es. Gut. Alles klar. Alles paletti. Und hier gibt es natürlich auch wieder einen Stilpunkt. Jetzt mache ich es. Ja. Wie ich halt, ne? Wie ich es immer mache. Ich sterbe einfach ganz kurz. Und dann bin ich ja wieder am Anfang. So. Der Stilpunkt, den man hier kriegen kann. Geht die Tür hier auf? Nö. Ja. Wo ist der? Werdet ihr euch jetzt vielleicht fragen. Oh. Hier ist Klenks, Klenks Wagen. So. Ich muss hier nochmal ein bisschen den Planeten machen. Oh je. Ich habe kein Schild mehr. Dafür muss ich nämlich ein paar mal mit dem Spielautomaten spielen. Und den Jackpot gewinnen. Und dann habe ich einen Stilpunkt. Und deshalb ist das hier ganz einfach. Ja. Das kriege ich so nicht. Tschüss. Ach, er ist an so einem Ei gestorben. Ich dachte schon. Gut. Dann muss ich jetzt ein paar mal spielen. Ich muss den... Ist das hier der Jackpot? Ich habe schon gewonnen. Äh. Oh. Okay. Okay. Aber ich glaube, hier hat mir auch schon jemand einen Tipp geschrieben zu einer Trophäe. Oder? War das nicht hier auf dem Planeten? Aber ich habe es schon wieder vergessen. Ich weiß auch nicht mehr, was genau er geschrieben hat. Von daher lasse ich es. Ich weiß es nicht mehr. Kann ich hier zurück zu meinem Schiff? Zurück zum Schiff. Vielleicht mal. Nö. Ich muss alles zurücklaufen. Naja, so viel ist es ja nicht. Aber. Schön. Dann hätten wir den Planeten auch komplett bis auf vielleicht die Trophäe. Aber eben, ich weiß nicht, wo genau die sein soll. Dann werden wir jetzt nach Blackwater City gehen und den einzigen Stilpunkt holen, den es dort gibt. Nämlich 20 Gegner mit dem Schlüssel töten. Ich glaube, so war das. 20 Gegner mit dem Schlüssel. Das sollte doch machbar sein. Also, bitte. So schwer ist es nicht. Ja. Mama hat es doch. Oh nein. Düm, 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 düm. Mh, 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 mh. Düm, 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 düm. Aua. Oh Mann, sind wir froh, Sie zu sehen, Sarge. Die Tyrannos bereiten einen großen Angriff auf unseren Stützpunkt vor. Da kommt was. Oh mein Gott. Ihr merkt schon, mein Schlüssel ist ein bisschen overpowered. Ja, das ist alles kein Problem mehr. Geil. Na los, kommt. Oh ne, der ist tot. Bleib hier. So, dann müsste ich gleich den Stilpunkt eigentlich haben. Äh, da, mh, da, bleib stehen. Hm, du, au. Aua. Tatsache. Oh yeah, ganz viele kleine Gegner. Und ich hab den Stilpunkt. So, schön, Herausforderung verlassen. Ja, ich mach das doch nicht nochmal. Äh. Jo, dann, als nächstes gehen wir wo gab's da noch Stilpunkte der Raumhafen. Ich glaub, da gab's keinen. Metropolis gab's auch keinen mehr. Absturzstelle, da gab's noch einen. Nämlich ein paar Gegner mit der Saugkanone töten. Das sollte auch kein Problem sein eigentlich. Aber ich, ich guck danach auch nochmal, ob mir wirklich keinen Stilpunkt mehr auf anderen Planeten fehlt. Aber ich glaub, das war so noch der letzte. Hallo. Hey, ich kann hier nix einsaugen. Ja, wie soll ich das denn machen ohne kleine Gegner? Ach so. So, nochmal. Ey, wie viel hält der denn aus? Oh. Oh, scheiße. Oh, levelt die hier. Boah, ist es krass. Boah, ist es krass. Na, Gegner einsaugen. Ich muss Gegner einsaugen. Aber es hat hier, glaub ich, gar keine kleinen Gegner mehr. Schild aktivieren. Da hat's noch Gegner. Ganz viele. Boah. Boah. Boah, ey. Aber den Stilpunkt durfte ich noch nicht haben. Ey, wie viele muss ich denn da töten jetzt? Boah. Schildlader V2. Alles klar. Okay, jetzt bin ich gestorben. Alles läuft nach Plan. Oder? Ich weiß gar nicht, ob alles nach Plan läuft. Die Saukanone ist auf jeden Fall schon sehr gut gelevelt. So, Schild aktivieren. Waren's 40 oder 20 Gegner? Oh. Ähm. Boah, wie die aussieht. Boah, krass. Die Wirbelkanone. One-Shot. Ah, nee, Two-Shot. Okay. Oder habe ich den Stilpunkt vielleicht schon gekriegt und ich habe es gar nicht gemerkt? Ähm. Käfer töten, genau. Mutterladung, genau. Saug sie weg. Nee, fehlt mir noch. Und dann Aridia. Genau, Aridia noch. Und dann war's das mit den ganzen Sachen. Oh je. Okay, weiter geht's. Ach, du heilige, wie das Ding abgeht, ey. Oh. Oh. Wie viele. Oh je. Oh nein. Ich will nicht sterben. Boah, wie es ruckelt. Oh. Boah. Boah, das war aber gerade Fraps, glaube ich. Deswegen eine Sekunde, bitte. So. Sekunde. Oh, es ruckelt wieder. Okay. Leute. Okay, ich werde noch ein einziges Mal losgehen und die ganzen Gegner killen mit der Saukanone. Und wenn ich dann den Stilpunkt nicht kriege, dann wird das erst im nächsten Part gemacht. weil wenn es jetzt ruckelt, dann wird es asynchron. Und das will ich nicht. Asynchron muss nicht unbedingt sein. Oder muss ich die Gegner mit der Saukanone abschießen? Und zählt das Einsaugen gar nicht? Ich glaube, das zählt gar nicht, das Einsaugen. Ja, 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 ist ja gut, äh. Dann ist kein Problem. Aber also ich muss definitiv die hier einsaugen, damit ich überhaupt Gegner töten kann. Tja, maximale Oh je. Ich, ich, Moment, ich kaufe mir jetzt eine Rüstung da unten und ein gutes. Also Rüstung, ne, ihr wisst schon, Schild. Das muss möglich sein. Also gut, da muss ich die abschießen tatsächlich. Einsaugen zählt nicht. Mann. Ich will doch nur den einen Stilpunkt haben. Aber ich kriege ihn nicht. Ich kriege ihn einfach nicht. So, Moment, ich habe eine Idee. Einmal noch. Wirklich das letzte Mal. Wirklich, versprochen. Hoch und heilig. Jetzt werde ich die ganzen Gegner nämlich killen mit dem Ding. Ich hoffe, das muss ich nicht am Stück machen, ey. Das wäre richtig doof. Aua. Aber ich kriege den Stilpunkt nicht. und jetzt habe ich wieder keine Munition. Nein, nicht da reinlaufen. Oh, die laufen da immer rein. Ich krieg den Stilpunkt nicht. Ich glaub es nicht. Und es ruckelt wieder. Okay, du blödes Mistvieh, Mann. Du blöder Arsch. Okay. Ich geb's auf. Ich, ich, ich krieg's nicht hin. Ich krieg es nicht hin. Und ich hab keinen Schildlader mehr. Cool. Ich bin tot. Boah, wenn ich jetzt abgestürzt wär. Ja, und den kann ich jetzt nicht einsaugen. Na so, ein Mist, ne? Ich probier's weiter. Vielleicht kommen ja noch kleine Gegner. Vielleicht kommen sie ja echt noch. Hä? Der macht das automatisch? Okay. Also weg von denen. Ne, hier kommen keine kleinen Gegner mehr. Hier kommen keine mehr. Nur noch die Großen, ey. Und jetzt weg. Die Großen und die ganz Großen kommen. Ist doch auch schön. Ah, hier. Hier, hier sind kleine. Hier sind kleine. Hä, ich krieg gar einen Stilpunkt. Wieso krieg ich den denn nicht? Oh. Hey, Dicker. So, wie mach ich dich jetzt? Erstmal schwächen. Hä? Funktioniert ja gar nicht. Okay. Also gut, da ich überhaupt keine Ahnung hab, wie ich den Stilpunkt hier krieg. Und es ist definitiv der Letzte, der mir jetzt noch wirklich fehlt. Ähm. Würde ich sagen, war's das. Und ihr könnt mir mal schreiben, warum es nicht geklappt hat. Ich muss doch mit der Saukanone Gegner töten. Also ich guck noch mal ganz kurz wegen den Titan Bolts. Da hab ich alle. Da hab ich alle. Mhm. Auf jeden. Ganz klar. Ja, natürlich. Moment. Moment. Ach so, doch. Ja, natürlich. Ja. Ja. Mhm. Da. Wo ist dieser? Dieser blöde Titan Bolt. Wo ist der? Ich hab keine Ahnung. Dex. Ja, ja. Alles gemacht. Yo. Mhm. Genau. Da komm ich dann auch hin. Genauso wie hier. Genau. Wo? Ui. Der Sound dreht grad durch. Aber okay. Äh, hier. Wo ist der hier? Oder besser, wie komm ich da hin? Ich hab's versucht. Es ging nicht. Oh, wie der Sound abgeht. Da hab ich alles. Da fehlen mir noch die. Und dort hab ich auch alles. Boah, der Sound, ne? Scheiße. Jetzt hab ich einen Soundbug. Oh nein. Ähm. Und hier war's eben. Ja. Alles auf der Phönix. Das weiß ich, was das ist. Käfer töten. Ja, weiß ich auch, was das ist. Mutterladung. Weiß ich auch, was das ist. Und ansonsten? Knall zu... Oh, Aridia fehlt mir ja noch. Stimmt. Aridia fehlt mir. Und ansonsten hab ich alles. Gut. Im nächsten Part dann werde ich... Moment. M-Moment. Bin ich jetzt bescheuert? Ich hab den Stilpunkt. Hä? Hä? W-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa? Ich hab doch geguckt. Ich hab ihn nicht. Äh, Leute. Ich bin verwirrt. Maximal verwirrt. Also gut. Im nächsten Part dann... Wow. Aridia. Und hoffentlich Obani Gemini. Und... Dann geht's weiter mit dem Quark-Videospiel. Dann... Komm, zerstöre deine Welt. Und dann... Endlich Aquathos. Darauf freue ich mich richtig. Denn dort wird nochmal richtig schön gelevelt. Der Soundbug nervt mich. Aber... Ich hoffe, euch hat's Video trotzdem gefallen. Auch wenn ich jetzt ziemlich verplant hier rumgelaufen bin. Und... Schlussendlich doch den Stilpunkt gekriegt hab. Warum auch immer. Und deshalb würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn's euch gefallen hat, dann schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.